Hallo zusammen, nach meinem letzten Video über den Battery B101 Steckverbinder habe ich etliche Anfragen erhalten, ob ich auch einmal in der Theorie darauf eingehen könnte, wie man eine WLAN Einspeisesteckdose installiert und welche Besonderheiten diese hat. Dem Wunsch komme ich sehr gerne nach, habe mir eine Einspeisesteckdose besorgt und wie das Ganze funktioniert, sehen wir nach dem Intro. Die WLAN Einspeisesteckdose ist in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar. Die erste Variante ist die Unterputzinstallation, bedeutet einfach, das Ganze wandert in eine Unterputzdose und verschwindet bei euch in der Wand. Und die zweite Variante ist die Installation der Aufputzdose. Der Unterschied ist einfach, ihr setzt vorher eine Dose an die Wand, wo dann dort alles drin verbaut wird. Ich zeige es euch im folgenden in der Installationsvariante Unterputz und da auch schon der erste Hinweis. Der Hersteller sagt, die Installation in einer Unterputzdose ist erst möglich, wann es mindestens 6 cm, also 60 mm Platz in der Dose gibt. Es gibt unterschiedliche Dosen, also messt sie vorher aus, bevor ihr die Installation durchführt. Solltet ihr nicht die Tiefe haben, dann müsst ihr natürlich auf die Aufputzvariante zurückgreifen. Dann der zweite Hinweis. Ich zeige euch jetzt mal den Steckverbinder. Der sieht ja hier schon ziemlich ähnlich aus zu dem Batteriestecker. Derjenige, der sich damit nicht auskennt, denkt, oh, da kann ich einfach mal einen Mikrowechselrichter einstecken. Nein, das funktioniert definitiv nicht. Ich zeige euch mal gerade hier ein Bild, wie die Verbindung aussieht bei einem Mikrowechselrichter. Das sieht ähnlich aus, wie ihr sehen könnt, ist aber anders. Ich habe hier auch mal einen Stecker vorbereitet. Den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ich mag hier die abgeknickte Variante. Und ich hoffe, die Kamera zeigt es gut. Das sind hier so tropfenförmige Anschlüsse, Vertiefungen oder wie auch immer wir es jetzt nennen möchten. Und die passen hier rein. Denn, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier drin sind so Plastikaussparungen. Ihr könnt da nicht einfach was einstecken. Also ihr braucht dazu auch wirklich noch diesen speziellen Stecker in dem Fall. Und dann auch noch ein Hinweis. Der rastet ein. Hier habt ihr diesen Plastik-Nupsi. Den kennt ihr ja von dem Batteriestecker. Das Ganze geht dann hier rein. Und wenn es arretiert ist, dann kann es nicht mehr auseinander gehen. Das geht natürlich nur noch auseinander, wenn ihr wieder einen Schlitzschraubendreher nehmt und den Nupsi runterdrückt. Das zeige ich euch gleich. Ansonsten rastet das ein. Das ist auch noch eine Besonderheit in dem Fall. Dann gehen wir mal allgemein darauf ein. Hier hinten haben wir einfach schön beschriftet, welche Ader wo drauf kommt. Also hier oben ist die Erdung. Muss ich gerade gucken. Genau. Hier oben ist die Erdung. Dann haben wir hier den Neutralleiter. Und hier haben wir den Außenleiter. Wichtig. Der Aufbau. Wie ihr das jetzt anschließt. Zuallererst haben wir hier die Dichtung. Die kommt außen an die Wand in die Unterputzdose rein und schützt halt vor Wasser. Als nächstes haben wir den Rahmen. Und wie wir hier gut an dem Rahmen erkennen können. Ich gehe mal ein bisschen näher. Ich halte ihn sogar falsch rum. Haben wir hier dieses runde Loch und hier so ein Steg. Und genau da passt perfekt unser Steckverbinder rein. Und jetzt auch noch eine Besonderheit. Ihr habt hier oben so zwei Plastikstege. Die haben eine ganz besondere Bedeutung. Denn ich habe ja eben schon gesagt, das Ganze arretiert dann. Und damit ihr die Arretierung später lösen könnt, gibt es einen sogenannten Entriegelungsring. Den schiebe ich jetzt hier einfach nur mal drüber. Dann seht ihr ihn. Den schiebt ihr hier drüber. Und der hat dann hier auch noch so einen Kranz. Und so wie ihr es jetzt seht, ist es nämlich genau falsch. Warum ist er genau falsch? Ich zeige euch jetzt mal, wie es richtig ist. Ich hoffe es hält jetzt, weil ich es noch nicht verschraubt habe. So wäre er richtig angelegt. Denn wenn ihr später das Ganze zusammengebaut habt, gibt es nur einen ganz kleinen Schlitz, wo ihr dann mit einem Schraubendreher reinkommt. Und dann drückt ihr genau diese Lasche runter und damit löst sich die Verbindung. Weitere wichtiger Punkt, wann der nicht richtig aufgesetzt ist. Könnt ihr später die Blende nicht draufklicken. Deshalb achtet da auf jeden Fall bei der Installation drauf. Das hier ist die Mutter. Die schrauben wir jetzt hier auch ganz stumpf drauf. Dann nochmal drauf achten, dass hier auch alles wirklich richtig ist. Und dann im Abschluss haben wir hier einfach nur diese Blende. Die hat nur eine Spannfeder. Und die klicken wir jetzt einfach hier drauf. So rum. Das klickt dann einmal. Und damit ist der Aufbau komplett fertig. Und so könnte die Dose installiert werden. Wichtig, ihr dürft die Blende nicht draufklicken, wenn ihr die Dose noch nicht in der Wand verschraubt habt. Und bevor ich euch das Ganze jetzt einmal live zeige, jetzt kommt der Hinweis. Alles, was ich euch zeige bei der Verkabelung im Allgemeinen, basiert auf der Anleitung und meinen Erfahrungen. Ich bin da keine Fachkraft. Also die Installation sollte wirklich ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden. Denn denkt immer dran, da geht Strom drüber. Das kann ganz gefährlich werden. Das kann zu Personenschäden führen, bis zum Tod führen. Als auch zu Sachschäden. Also im schlechtesten Fall brennt euch das ganze Haus ab oder die Wohnung. Also denkt wirklich dran, das sollte nur von Fachkräften gemacht werden. Ich übernehme an dieser Stelle auch keine Garantie oder Gewährleistung, dass das hier alles richtig ist. Das ist eine reine Theorie, die ich euch hier zeige. Und wenn ihr es nachahmt, seid ihr selbst schuld. Dann sehen wir uns jetzt gleich draußen bei der Installation in der Unterputzdose. Zu Beginn der Installation müssen wir zuallererst die Dichtung in die Unterputzdose schieben. Dabei ist es wichtig, die Dichtung hat einen Rahmen, der auf einer Seite geöffnet ist. Und die geöffnete Seite muss zum Boden zeigen, wie ihr hier gut erkennen könnt. Dann ist alles richtig aufgesteckt. Dann kommen wir mal zum Steckverbinder. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Hier an die Klemme würde die Erdung angeschlossen werden. Bei N der Neutralleiter, also das blaue Kabel, bei L der Außenleiter, das braune Kabel. Die Verschraubung könnt ihr jetzt so gesagt anschließen nach der Beschriftung. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel hier so, ich habe den Rahmen schon mal aufgeschraubt. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr zuallererst den Steckverbinder aufschraubt. Ich persönlich finde, beides ist in etwa gleich vom Aufwand her. Der ist halt ein bisschen gefummelt. Und dann schraubt ihr die Adern halt die Beschriftung entsprechend an die richtige Klemme. Und ihr seht, das ist hier so ein bisschen Fummelei. Aber das geht ganz gut. Ich habe die Dose jetzt schon seit längerem im Einsatz. Und hatte auch bisher nie Probleme. Denn die Dose ist ja dauerhaft der Natur ausgesetzt. Also draußen. Dementsprechend hat sie auch die Schutzklasse IP44. Also sie ist gegen Spritzwasser geschützt, als auch gegen Staub, also einträgenden Staub in dem Fall. Ich habe bei mir zur Inhouse-Verkabelung allgemein das Balkonkraftwerk auf einer separaten Sicherung. Es ist eine separate Leitung auch. Also ich hätte direkt mitbekommen, wenn da irgendwas gewesen wäre, wann Wasser eingedrungen wäre oder ähnliches und die Sicherung rausgeflogen wäre. Ja, dementsprechend hatte ich bisher keine Probleme. Und dann verschrauben wir das Ganze. Überprüft auf jeden Fall auch nochmal, ob die Verschraube richtig ist. Ich mache es hier mit dem Schraubendreher. Einfach aus dem Grund, ihr kriegt ein Gefühl, wenn es dann irgendwie richtig fest ist, dass ihr halt auch einfach die Ader nicht zerquetscht komplett. Dementsprechend würde ich hier immer empfehlen, mit dem Schraubendreher zu arbeiten. Wenn das dann alles angeschlossen ist, dann können wir den Rahmen, die Dichtung als auch den Steckverbinder in die Unterputzdose einsetzen. Da denkt nochmal dran, es muss eine 60 mm tiefe Unterputzdose sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Dann, das sehen wir jetzt hier, haben wir auf der oberen Seite, auf der unteren, rechts und links, so Aussparung. Da kommen dann die Schrauben rein, wie ihr halt einfach den Rahmen mit der Unterputzdose verbinden könnt, beziehungsweise festschrauben könnt. Ich nutze jetzt hier rechts und links die Verschraubung. Da ist es wichtig, wie es euch besser passt. Also ihr könnt auch um und unten nehmen, aber wenn ihr euch für eine Seite entschieden habt, müsst ihr immer die gegenüberliegende Seite nehmen und dann halt entsprechend die Schraube eindrehen. Denn ansonsten würde die Einspeisesteckdose nicht richtig halten. Wenn ihr ein Kabel rauszieht, dann hat sie ja einfach nicht die richtigen Fixierpunkte und dann ist das einfach da der Fall. Bei den Schrauben müsst ihr auch darauf achten, dass es Schrauben sind, wo der Kopf nicht besonders hoch steht. Sonst könnt ihr einfach die Blende nicht draufklicken und das Draufklicken der Blende ist dann auch schon der letzte Schritt. Den zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Also einmal gut festdrehen, dann auch nochmal hier drauf achten, dass halt der Entriegelungsring richtig drauf ist. Denn es ist ärgerlich, wenn ihr das jetzt nochmal lösen müsst, dann springt alles nach hinten. Dementsprechend, ja, achtet da drauf. Das hat jetzt hier nicht geklickt bei mir. Dementsprechend jetzt nochmal drauf drücken und damit sind wir auch schon mit der Installation der Einspeisesteckdose fertig. Ihr habt gesehen, wie schnell so eine Einspeisesteckdose installiert werden kann. Ich möchte mir an der Stelle auch gar kein Urteil erlauben, ob jetzt eine normale Steckdose genauso schnell installiert ist etc. Also es geht halt nun mal am Ende darum, Adern anzuschließen, die aus der Wand kommen. Da läuft Strom drüber. Dementsprechend, das sollte nur von Fachkräften gemacht werden. Denn ich bin definitiv an der Stelle keine Fachkraft und wenn ihr es nachmacht, handelt ihr, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Ich habe es euch gezeigt, wie ich es bei mir installiert habe, beziehungsweise so, wie ich die Anleitung verstanden hatte. Und das Ganze ist halt rein als Theorie zu verstehen. Ich habe mir da natürlich auch noch ein paar Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise habe mich auch mal in den Foren so ein bisschen schlau gemacht. Was sind denn meistens die Kritikpunkte an so einer Einspeisesteckdose und häufig kommt das Thema Preis. Also so wie ihr es gesehen habt, die Einspeisesteckdose plus der Stecker, also der RST-Stecker, das war so ein Set, haben mich um die 32 Euro gekostet. Dann kam noch der Versand dazu. Okay, den zähle ich jetzt mal nicht mit einem. Okay, 32 Euro ist ein sehr stolzer Preis. Das muss ich aber zugeben, ich habe mir vor zwei Wochen, zwei, nee, ich glaube drei Wochen, ich weiß nicht, vor kurzem auf jeden Fall, habe ich mir Steckdosen vor außen gekauft. Auch Unterputschsteckdosen, ganz normale Plastiksteckdosen, also nichts Besonderes. Und ich war halt wirklich in derselben Preisregion angekommen. Da hat sich nicht viel gegeben. Ich glaube, es waren 10, 20 Cent Unterschied vielleicht. Also unter dem Gesichtspunkt finde ich die Preisdiskussion halt ein bisschen hinfällig. Natürlich gehe ich in den Baumarkt, holen wir so eine Aufputschdeckdose, die kostet 6, 7, 8 Euro, keine Ahnung, also sie sind recht günstig im Vergleich. Das ist natürlich günstig, aber ich kann es halt jetzt nur mal mit der Installation im Unterputz vergleichen. Und da gibt es sich in dem Fall nicht viel. Dementsprechend würde aus meiner Sicht diese Preisdiskussion irgendwie nicht mehr zählen. Was mir gut gefallen hat, ist auf jeden Fall, dass dieser Stecker einrastet. Also ich kriege ihn nicht raus. Jeder mit Kindern weiß, wie anziehen Kabel sein können. Ab einem gewissen Alter haben sie halt einfach mal den Schokostecker in der Hand. Und man denkt, oh, ups, ist nicht so schön. Definitiv nicht. Dementsprechend ist das natürlich schon gut. Das kriegen sie einfach nicht raus. Und jetzt kommt es darauf an, wie ihr natürlich euer Kabel verlegt. Also ich kann ja jetzt viele Hypothesen aufstellen, etc. Ob man da drüber stolpert beim Schokostecker, der fliegt raus. Bei der Willanddose, die reißt vielleicht aus der Wand, wann sie nicht richtig installiert ist, etc. Also da gibt es ganz viele Themen, wo man bestimmt drüber diskutieren kann, uns unterschiedliche Meinungen zu geben. Ich persönlich, mir gefällt sie ganz gut. Das macht einfach einen runden Eindruck. Und die Installation, finde ich persönlich, ging jetzt auch leicht von der Hand. Und was die gesetzliche Vorgabe ist, da möchte ich jetzt so nicht zu sagen, auch nicht, ob man das muss oder nicht muss. Da müsst ihr euch selbst zu schlau machen. Ich habe dazu meine Meinung. Mir ging es aber, wie gesagt, dem Video darum, euch einmal zu zeigen, wie ist so eine Steckdose aufgebaut. Worauf solltet ihr achten, beziehungsweise wenn ein Installateur da ist, dass ihr eben über die Schulter guckt und einfach mal darauf achtet. Vielleicht setzt ihr die Dichtung ja auch falsch gemeint. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Dementsprechend ist immer gut zu wissen oder mal gesehen zu haben, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Einblick geben in die Wieland-Einspeise-Steckdose. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns demnächst zum nächsten Video. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.